wir freuen uns sehr auch in diesem jahr wieder den hessischen jugendring und die sammelwoche 2018 unterstützen zu können bereits im letzten jahr hatten wir eine jugendgruppe hier bei uns im stadion vor ort die sehr gut gesammelt hat zum auftakt der jugend sammelwoche war heute die tsk wixhausen bei uns im stadion sie haben eine kleine stadionführung bekommen durften in die katakomben des bölln falltor stadions gehen in die gästekabine geschaut und haben hoffentlich ganz viel motivation mitgenommen um jetzt vom 16 dritten an die jugend sammelwoche erfolgreich zu vollziehen und viel geld für ihre projekte einzusammen die sammelwoche ist absolut unterstützenswert weil kinder und jugendliche lernen für ihre projekte einzustehen und selber dafür anzupacken und die finanzierung sicherzustellen auf der anderen seite eine bewegung in ganz hessen sichergestellt ist die die jugendarbeit unterstützt und somit den jugendlichen eine qualitativ hochwertige jugendarbeit zur verfügung gestellt werden kann